Radio Klartext Nachrichten Die Zahl der illegalen Grenzverletzungen durch Migranten ist in den ersten zehn Monaten dieses Jahres auf über 331.000 gestiegen. Dies ist ein Anstieg um rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte die Europäische Grenzschutzagentur Frontex mit. Eine Verdoppelung der Zahlen verzeichnete die Westafrika-Route. Seit Jahresanfang gab es dort mehr als 27.700 Übertritte der EU-Außengrenze. Allein im Oktober versuchten 13.000 Asylanten über die Kanarischen Inseln nach Europa zu gelangen. Laut Frontex sind es so viele wie seit Beginn der Aufzeichnungen nicht mehr. Guinea und die Elfenbeinküste waren damit nach Syrien zahlenmäßig die zweit- und drittstärksten Herkunftsstaaten von Asylbewerbern. Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird zum Jahresbeginn wieder auf 19 Prozent angehoben. Das haben SPD, Grüne und FDP beschlossen. Die FDP, die am Montag noch eine Verlängerung bis Ende 2024 gefordert hatte, habe, Zitat, selbst den Stecker gezogen. Um die Gastronomie während der Corona-Pandemie zu entlasten, war der Steuersatz auch für Speisen in Restaurants und Cafés vorübergehend von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden. Danach wurde die Regelung wegen der Energiekrise mehrmals verlängert, zuletzt bis Ende dieses Jahres. Im oberbayerischen Reit im Winkel ist ein früherer Gasthof abgebrannt, der zur Asylbewerberunterkunft umfunktioniert wurde. Die Polizei hat einen Afghanen festgenommen, der dort wohnte und das Feuer absichtlich gelegt haben soll. Das Amtsgericht Traunstein habe, so die Polizei, deshalb untersuchungshaft wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes gegen den Migranten angeordnet. Laut der Behörde seien in dem Asylheim Spuren für eine vorsätzliche Brandstiftung gefunden worden. Die linksextremistische sogenannte letzte Generation hat erneut das Brandenburger Tor beschädigt. Mehrere Personen bemalten mit oranger Farbe die bislang unversehrte Seite des Bauwerks. Solange Deutschland Öl, Gas und Kohle verbrenne, werde man wiederkommen, schrieb die Gruppe auf dem Kurznachrichtendienst EX. Kurz nach dem Farbanschlag erfolgte die Festnahme der Beteiligten. Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke soll bei einer Landeswahlversammlung zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2024 gewählt werden. Höcke hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, seinen Landesverband erneut in den Wahlkampf führen zu wollen. Vor der Wahlversammlung in Pfiffelbach, Kreis Weimarer Land, soll bei einem Parteitag unter anderem das Schiedsgericht gewählt werden. Im Freistaat ist die Landtagswahl für den 1. September 2024 geplant. In jüngsten Umfragen lag die AfD mit Werten bis 34 Prozent vorn. Die AfD-Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung beschuldigt, erneut verfassungswidrig zu handeln. Die Regierung wird die Tragweite des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes unterschätzen. Alle Kreditaufnahmen für Sondervermögen müssten durch Einsparungen im Haushalt ausgeglichen werden. Die Karlsruher Richter haben den zweiten Nachtragshaushalt 2021 diese Woche für verfassungswidrig und damit nichtig erklärt. Der Bundestag hatte im Februar 2022 die ungenutzten 60 Milliarden Euro Corona-Kreditermächtigungen in den Klima- und Transformationsfonds überführt. Die Verfassungsrichter begründeten ihre Entscheidung unter anderem damit, dass Sondervermögen nicht an der Schuldenbremse vorbei verbucht werden dürfen. Das Wetter. Heute ist es stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise fällt Regen. Höchsttemperaturen 5 bis 9 Grad. In der Nacht überwiegend trocken, örtlich Nebel 4 bis 0 Grad. Und nun weiter mit den besten Hits der 80er Jahre bei Radio Klartext aus dem Elbtal.